servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen wir haben arbeit vor uns wir müssen oder wollen den laden umgestalten ein bisschen denn ich habe mir jetzt überlegt wir werden gucken dass wir ein bisschen struktur einbringen in den laden und das bedeutet für uns wir müssen hier ein bisschen umbauen ich möchte gerne eigentlich mal gucken ob wir die regale einfach so verschieben können ja bewegung das ist gut das macht es nämlich einfacher setzt mal ein regal dahin ein regal setzen wir dahin sehr gut und hier können wir dann gleich loslegen wir werden als erstes mal hier alles auspacken damit die jungs dann auch füllen können hat er noch was mitgenommen weil nicht genug platz ist ehrlich wir brauchen glaube ich noch eine palette design und inventar so können wir da nicht dran also wir sind gerade mit dem arbeiten wir kriegen nur 30 sachen auf die palette das heißt wir müssen eine größere lagereinheit aufbauen oder noch eine palette dazu liefereinheit haben wir noch eine palette neben dran so gehen wir hier so das haben wir weil das ist uns ungünstig macht das jetzt die router drauf na gut egal da haben wir computergehäuse das ist natürlich doof ich würde hier gerne eigentlich die computer dann hinsetzen das ding aber noch gar nicht in benutzung das haben wir noch nicht in benutzung das stellen wir mal hier drüben hin das ding stellen wir hier hinten in die ecke das passt ja nicht rein als doof ja moment wir gehen schick dich mal die kasse ich muss hier gerade überlegen so was haben wir hier drin artikel hinzufügen artikel bearbeiten elektronik rechner computer so die packen hat das die blauen drin ja warum fühlst du dieser nicht auf alter das ist jetzt aber seltsam so was haben wir hier schon was drin da haben wir was drin artikel auffüllen so dass das wird schwierig jetzt oder es wird schwierig das wird schwierig das wird schwierig wieso können wieso füllt er nicht auf da hat er so weit aufgefüllt doch er hat aufgefüllt also irgendwas stimmt mit unseren beständen hier anscheinend nicht so das ist jetzt sehr seltsam was machen was machen was machen wir legen hier mal die modems hin so da kommen die modems rein dann legen wir die modems hier rein hier bearbeiten wir nehmen die modems raus kann ich das jetzt machen so das ist weg so dann kommt hier die ersten computer hin so das sollte funktionieren da stellt ein computer hin okay jetzt müssen wir hier aber noch einen artikel entfernen so jetzt kannst du die wieder einladen hier hatten wir was drin jetzt muss gerade gucken die blauen rechner okay so das passt torsten nimmt eine pause das ist unseren auffüll menschen so da oben haben wir die drucker das passt soweit eigentlich im moment so dann haben wir da wieso haben aber keine blauen kommt ich unter mir nicht bestellen ich wollte gucken was wir da haben auch nicht wieso sehe ich jetzt nicht was wir da haben da lieferungsgebühr so das haben wir umgestellt da fehlen da fehlen noch einen haufen artikel da fehlen uns einen haufen artikel irgendwie irgendwas passt hier noch nicht hier haben wir die blauen computer so müssen wir jetzt nochmal reingucken artikel bearbeiten firestorm wieso haben wir den nicht ach da wir haben noch nicht alles ausgepackt wir haben noch nie ausgepackt alles meine güte dann ist ja kein wunder dass das nicht funktioniert dann ist das ja klar dass das noch nicht funktioniert dann kann der torsten ja auch nicht auffüllen wenn wir noch nicht alles ausgepackt haben unglaublich so ähm frederick geh mal bitte in die kundenberatung so also die blauen gehäuse haben wir da hinten die weißen gehäuse haben wir da hinten jetzt fehlen noch die braunen die müssen wir noch da hinten hinsetzen und dann kriegen wir so langsam unsere computerecke ans laufen ansonsten haben wir da das sind drei fächer das ist okay da haben wir die drucker die computer müssen noch weg aber erstmal müssen wir jetzt alles abkassieren es ist es ist gar nicht so einfach wenn man das so ein bisschen struktur reinbringen will aber das werden wir natürlich entsprechend noch machen so frederick macht eine pause das ist aber in ordnung so torsten füllt auf der kann aber nichts anderes machen im moment ne da fehlt noch talent gut da müssen wir da mal schauen ähm was haben wir hier anstellbereich schließen kasse schließen ne das will ich eigentlich nicht wir wollen ja gucken dass wir umsatz machen so ich trinke mal gerade ein schlückchen gott oh gott oh gott leute so zieht ja eigentlich ganz gut aus konnten jetzt schon mal ein bisschen erweitern jetzt müssen wir nur noch ein bisschen umstrukturieren ich würde sagen wenn man hinten in die ecke erstmal an die wand würde ich gerne die computer setzen ähm vielleicht hier neben der kasse den ganzen zubehör kram und mit den monitoren müssen wir mal gucken da sollen dann die laptops später hin das ist okay aber die zubehör sachen da müssen wir noch ein bisschen schauen wie wir das gebacken bekommen so noch jemand der was kauft jawohl so jetzt geht es eigentlich wieder was ist mit dir los du kränkelst schon wieder ach nö dem geht schon wieder nicht gut ach kilo na komm geh nach hause wenn es hier nicht gut geht geh heim dann geh heim ähm das ist ja mal nicht so so ähm der kann aber jetzt weder kasse noch auffüllen das ist natürlich ein bisschen ungünstig aber okay der sammelt zumindest so ein bisschen seine erfahrung das ist wichtig kauft da jetzt noch einmal was minus 20 prozent what ihr gebt nachlass wer hat euch das erlaubt so da sind die monitore die hat noch keiner gekauft das heißt die müssen mal wieder ähm das müssen wir nach nach der dingsbums machen nach dem laden schließen oh Leute da haben wir noch viel Arbeit genau kauft noch ein bisschen was noch einer sehr schön gut nach hause und du kannst auch nach hause gehen gut dann haben wir jetzt hoffentlich noch ein paar sekunden zeit ähm hier müssen wir jetzt dann nochmal um umstellen da den artikel achso plätze müssen wir leer sein artikel einpacken gut dann kann man das ding jetzt verschieben denn der muss woanders hin der stört hier vorne ähm ich kann hier nichts machen das ist unglaublich äh man kommt hier zu nix unglaublich 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 so wetten ist schul der frederik krank oder was wer ist diesmal thilo ich brauche wirklich einen freien tag nein du bist ach alter wie oft die einen freien tag brauchen das ist ungünstig 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 bestellung verkäufe nachbestellen das sieht gut aus äh die vr-brille ist sogar verkauft worden da können wir dann schauen da können wir vielleicht eine zweite mit dazu nehmen dann lassen wir das jetzt erstmal so laufen weil wie gesagt wir müssen ja gucken dass wir erstmal jetzt hier unseren Laden müssen umgestalten das wird nämlich sonst zu blöd ähm deswegen gucken wir da auch gleich rein so also wir sind am Laden und Dekorieren das heißt ähm die Artikel ein entfernen das Ding bewegen wir hier rüber weil wie gesagt da will ich die Computer Ecke hin machen ähm jetzt müssen wir gerade mal schauen oder haben wir nicht viel Platz ne ist natürlich ungünstig so ähm bam bam gut dann haben wir das wir packen jetzt erstmal aus alles gibt es viel aber es geht heute geht es ich glaube da müssen wir den Thorsten bei Gelegenheit mal auf den Lehrgang fürs Auspacken schicken dass der da auch noch ein bisschen was mitmachen kann dass wir so einen fürs Lager haben erstmal das ist im Moment ein bisschen ungünstig so wie wir das aufgestellt haben wie gesagt wir müssen halt immer so ein bisschen im laufenden Betrieb jetzt alles umorganisieren das ist gar nicht so einfach ähm obwohl die Monitor können wir auch so stehen lassen das sieht eigentlich auch cool aus so da hinten das ist ein bisschen blöd mit den Ecken ne das ist halt ein bisschen blöd so wir haben eigentlich jetzt alles soweit platziert ähm ich würde sagen das Ding stellen wir auch noch auf die Seite würde ich gerne hier nebendran stellen na wieso wo hängt es ja wieso hängt es ja warum kann ich jetzt da so gut so dann ähm räumen wir hier mal gerade die Sachen weg verschieben das Regal ein bisschen hier rüber und dann räumen wir hier die Sachen weg und verschieben das Regal mal darüber so dann wird das nämlich langsam ein bisschen was so dann stellen wir das mal da hin so dass wir mal so ein bisschen System in den Laden kriegen hier ähm also uns fehlt jetzt einer an der Kasse so der füllt soweit alles auf wir müssen jetzt gleich nur noch mal gucken ob wir noch Artikel im Sortiment haben die wir ähm im Prinzip noch nicht benutzt haben was willst du hier willst du kuscheln alter du störst alter gehst du mal da weg das gibt's nicht da steht ja hier im Wisch rum unglaublich Junge so geht das aber nicht so kann ich nicht arbeiten so kann man nicht arbeiten das bringt nichts so naja das sieht doch schon ganz gut aus so also hier das mit dem Zubehör passt soweit aber die Druckerecke will ich auch noch anders machen bringt dich nicht auf bringt auch nichts ähm ich glaube wir könnten vielleicht die WLAN-Geschichte hier oben in das Regal packen und die zwei Monitore hier auf das Regal dass wir das so ein bisschen zusammen haben ich glaube das macht Sinn wir gucken ob wir das auf die Schnelle hinkriegen nein alter was stehst du hier dauernd im Wisch oh das gibt's nicht oder oh ey endlich es kann nicht sein dass der hier dauernd also der ist echt komisch der Typ ähm so wir haben hier noch zwei Felder frei ähm jetzt bin ich gerade am überlegen wie wir das machen Monitore das heißt Artikel einpacken so einmal Monitore dahin ähm machen wir den Firestorm dahin den LED dahin ich denke so ist besser wenn wir die Monitore da haben ähm ja ja pfeif nicht rum ich bin da ich bin ja da mein Freund alles gut so dann kommen da die Monitore hin dann können wir da drüben den Kleinkram reinpacken das ist mir lieber so das heißt wir nehmen hier die Monitore raus und werden hier dann die Modems reinpacken ähm Tastatur Mäuse und so ist da drin das ist gut Lautsprecher können wir erstmal auch noch da lassen gut dann passt das so jetzt ist die Frage ähm wir haben da ein Monitor ähm büm 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 jetzt müsste der jetzt gleich mal wenn er aus der Pause kommt muss der mal auffüllen dass wir mal sehen wo wir sind da ist er da haben wir noch Monitore dann könnten wir die vielleicht da unten hinpacken das sieht ganz gut aus so aber wir haben doch drei verschiedene Sorten Monitore drin oder nicht ähm jetzt muss ich mal gerade was gucken irgendwas stimmt hier noch nicht 2-2 ne das passt wir haben doch nur die zwei Sorten komisch hm etwas irritierend aber na gut dann können wir da vielleicht nur eine dritte Sorte Monitor dazu packen das wäre noch eine Option Artikel verwalten schnelles Additieren Artikel geliefert ne das kann ich hier so gar nicht einsehen schade so okidoki also die Curve Monitore gehen ganz gut da kann man eigentlich nicht meckern Wertpause ja klar jetzt kommt ihr ich kann aber gerade nicht ich bin an der Kasse ich bin gerade an der Kasse wir verkaufen gerade wieder wie blöd hier wow also hier während dem laufenden Betrieb was umzustellen ist extremst schwierig ähm Monitor sieht gut aus da kommt schon wieder zum Kassieren es wird Zeit dass der andere noch da ist boah das wird sowas von Zeit ich meine wir müssen jetzt nicht permanent ähm hier hin und her rödeln wenn wir das einmal umgeräumt haben geht das ja wow die gehen richtig ab die Jungs so so ist Feierabend so dann kann der Frederik nach Hause gehen du gehst am besten auch mal nach Hause ich glaube einer will noch was kassieren super gibt es noch mal ein bisschen Geld wow hat sich gelohnt so 17.18 den Monitor den räumen wir weg ähm bearbeiten die Plätze halt ein Artikel einpacken Platz entfernen den hier so dann haben wir den infratzfrei jetzt haben wir hier ähm zwei Monitor sorten ne dadam jawohl das ist okay hier haben wir jetzt haben wir da unten auch noch einen Monitor das ist doof ähm Artikel einpacken Monitor Platz entfernen so da kommen die Drucker rein ich würde das auch gerne irgendwie designtechnisch so machen dass wir dann noch Schilder aufhängen ähm da unten ist ja auch noch ein Drucker drin ne da ist der Tintenstrahldrucker das müssen wir noch ändern da haben wir noch viel Arbeit vor uns ähm ja für heute war es das aber erst mal wir müssen dann gucken dass wir da noch ein bisschen System reinkriegen ähm ich bin soweit eigentlich denke ich mal zufrieden was ist hier mit dem Fortbildung und Talente ähm Gehalt neu verhandeln bloß nicht so ey wir brauchen aber jetzt mal alle drei ne mal gucken was kann der Thorsten denn jetzt mittlerweile der sammelt da ein bisschen Büroserfahrung ähm ja aktiv Warnbefüllung den müssten wir eigentlich nochmal hier kommt der soll nochmal einen Kurs nehmen ähm der soll hier wie der Beschaffung ein bisschen besser werden dass er auch Paletten auspacken kann und ähm hier dann später werden wir Erfahrung mit Umfang äh okay sauber machen räumt im Geschäft und erweitert haben packt die Kisten mit dem restlichen Artikel aus die rumliegen oh das ist gut ja ich denke das wäre ein ganz guter Punkt mit dem wir hier noch ein bisschen vorankommen für heute war es das erstmal ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Servus und Tschüss